Was ist mit dem Spielen? Man schminkt auch, was der Tiger markiert hat. Und die Wölfe gebissen natürlich auch den Intranlaster. Die markieren auch. Und wenn dann der Tiger zurückkommt, dann muss man auch schminken, ui, wer ist da gewesen, was ist los? Man sollte auch drüber markieren. Dann ist es so beide etwas Neues wieder. Neue Geschmack, neue Gerüche. Das ist auch etwas, das wir sonst nicht so bieten können. Er hat immer ein bisschen Schiss. Schau, was ist da drin? Und der Wolf ist auch grundsätzlich ein ängstliches Tier. Auch unsere Wölfe in der Schweiz leben, die 30 Stücke. Das sind nur die Scheuchsten, die überleben. Weil die Clever genug sind, um den Menschen zu zweifeln. Die mongolische Wölfe sind nicht so stark verboten. Von denen hat es doch noch genug. Aber sie werden nicht so häufig im Zoos gehalten. Ja, nicht so die drei Stücke.